Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und es geht weiter mit der Liebe zwischen den beiden, die natürlich nie nachlässt über die drei Teile. Gwendolyn, es tut mir leid. Du hast mein Vertrauen missbraucht. Gwendolyn vertraut Gedeon absolut nicht mehr. Sie ist immer noch verletzt und sie hat immer noch Angst, dass er ihr wieder das Herz bricht. Lass uns reden, ja. Hey, Gwendolyn. Beide haben Abstand voneinander genommen, beziehungsweise Gwendolyn von Gedeon, weil sie nicht weiß, wie sehr sie ihm auch noch vertrauen kann. Aber gleichzeitig ist sie natürlich auch immer noch wahnsinnig verliebt in ihn. Die Loge darf auf keinen Fall Verdacht schöpfen und das werden sie, wenn du nicht zum Elapsieren kommst. Gwendolyn, sie sind unberechenbar. So wie du es. Ich glaube, sie findet Gedeon schon toll, aber sie macht sich Sorgen. Also ich glaube, das große Problem in der Beziehung von Gwendolyn ist ja, wenn irgendwie wieder eine große Aktion oder ein Abenteuer ansteht, dass jeder so versucht, sein Ding zu machen und das einfach irgendwie alleine auf die Reihe zu kriegen, das alleine zu packen. Eigentlich will er ja nicht, dass sie in ihn verliebt ist, weil es gefährlich ist, weil sie scheinbar Dinge tun würde für ihn, die sie verletzen könnten, die sie umbringen könnten. Und das möchte er nicht. Er möchte das verhindern. Stimmt ist, dass euer Leben gegen das von Gwendolyn steht. Denn das werde ich nicht zulassen. Niemals. Ich glaube, dass auch so Beziehungen oder Lieben immer dann besonders sein können, wenn es nichts ist, worauf man gewartet hat oder womit man gerechnet hat, sondern dass das so Dinge sind, die sich entwickeln und manchmal völlig unerwartet kommen. Und dann wird es, glaube ich, besonders stark. Und so ist es bei den beiden. Kannst du dich jetzt endlich mal entscheiden, was du von mir willst? Mein Herz macht das nicht mehr mit. Sie haben ständig einen Schlagabtausch. Sie können miteinander lachen. Und trotzdem sind sie aber auch so unterschiedlich, dass es halt nicht langweilig wird. Die beiden sind einfach, sind wirklich wie füreinander geschaffen. Wenn du mich küsst, dann fühlt sich das an, als würde jemand in meinem inneren Benzinkanister ausgeben und anzünden. Ich habe keine Ahnung, was du mit mir machst. Das ist wirklich eine sehr herzzerreißende Geschichte, die in Smaragdgrün wirklich sehr existenziell damit endet, und dass sie gegenseitig um ihr Leben kämpfen müssen und füreinander kämpfen müssen. Bereit? Bereit, wenn du es bist. Ach, die Liebe. Die Liebe. Gideon. Der Kreis des Blutes Vollendung findet. Der Stein der Weisen die Ewigkeit bindet. Kann dieser Typ nicht einfache, klare Sätze formulieren? Wir müssen dafür sorgen, dass Rubin und Diamant ihre große Aufgabe erfüllen. Lückenlose Überwachung der Privatsphäre. Gwyn, es tut mir leid. Du hast mein Vertrauen missbraucht. Du bist ein Superheld, sie ist ein Superheld. Was ist denn das Problem? Es könnte sie in Gefahr bringen. Wo ist er? Was soll das? Raphael. Die dürfen auf keinen Fall mein Blut mit dem Chronographen zusammenbekommen. Der Graf bringt alles unter seiner Kontrolle. Der ist halt mehr als 200 Jahre tot. Ich werde den Kreis des Blutes schließen. Er wird unsterblich mit dem Zeug. Das werde ich nicht zulassen. Die Liebe zu euch wird sie in meine Arme treiben. Ich bin der Kerker mit ihm. Sie haben Gideon. Er ist in Schwierigkeiten, ich spüre das. Wenn du mich wiedersehen willst, dann wirst du den Chronographen, dem ehrwürdigen Meister, überbringen. Kannst du dich jetzt endlich mal entscheiden, was du von mir willst? Mein Herz macht das nicht mehr mit. Geh hier! Ich hab doch gesagt, wir sind noch nicht fertig. Ich lass dich nicht mehr los. Das kannst du vergessen.